So und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Pfeer. Wir sind im DLC Parasus Mandate und schießen uns hier durch die Gegend. Okay, ich helfe dir. Wenn du jetzt noch irgendwelche Probleme hast, sag Bescheid. Nein, er sagt nichts. Ha, ich habe alle seine Probleme gelöst. Ich bin so hilfreich. Ja, und ihr habt ziemlich viel Stab aufgewirbelt. Einfach mal das Medikit einpacken. Hey, wenn wir noch einen Healthboost finden, dann können wir zwei komplette Medikits schlocken. Weil auf 25 fühlt sich die HP ja automatisch wieder auf. Finde ich, ist eine nette Technik. Besonders, weil es nicht so die einzige Möglichkeit ist, sich zu heilen, sondern es ist so eine Notfallmöglichkeit. Und es geht nicht so extrem schnell. Ja, immer noch unrealistisch schnell. What? Zwei Medipacks hier im Gang. Da liegt auch noch eins. Hinter diesen Bildern ist vermutlich kein Tresor. Zumindest habe ich keinen gesehen. Das sieht sehr nach dem Ort aus, wo wir hier reinkamen. Als wir hier gelandet sind, war es auch so. Beide. Feier in den Hoh! Wie leid, ich muss hier durch. Die haben von den Granaten nach mir geworfen. Okay. Hallo, wir sind in der Ecke mit den Schrotis. Das stört überhaupt nicht. Hey, der Letzte, der mich Golf hat, hat keine Beschwerden von sich gegeben. Mal sehen, ob du... Er liegt sogar relativ entspannt. Einige Menschen schlafen in dieser Haltung. Wahrscheinlich schläft er nur. Er erleichtert darüber, dass er keine Probleme mehr hat. Yay, wir helfen. Wir sind so gut. Wir kriegen eine Auszeichnung für Gutmensch. Woo! Wahrscheinlich schließen wir ja nicht mit Kugeln, sondern mit Problemlösern. Oh ja, das Wort Kugel ja sowieso. Ne? Sie sind ja nicht mehr rund. Dafür rötieren sie meist auch nur noch um eine Achse. Ach ja, Waffentechnik. Menschen verhindern so viel Energie darauf, sich gegenseitig zu töten. Ja, jetzt ist die wichtige Frage. Mache ich das wieder so? Und hole mir die alten Waffen? Oder nicht? Ich glaube, die Frage kann ich mir sparen. Ah, wie gut, dass die Gebiete hier so klein sind. Verhältnismäßig. Ja, da bin ich extra drumherum gelaufen. Danke, in die extra Versuch. Die wollte ich haben. 90 Schuss. Ist schon mal besser als die andere Waffe. Das heißt, spätestens jetzt haben wir einen Riesengewinne gemacht. Mit 120 Schuss. Und weil da vorne gab es aber, ich weiß noch keine. Könnt ihr hier nochmal gucken? Ne. Nur Gammelwaffen. Nur unnötiger Scheiß. Aber 120 Schuss. Und wir haben 120 HP. Ja, ich kenne wirklich einige, einige Figuren, die ihre HP zum Angreifen benutzen. Was nicht unbedingt vorteilhaft ist. Aber durchaus in demjenigen, äh, in dem Spiel dann gebalanced. Also, die haben dafür dann irgendwie, Lebensdiebstahl auf Angriff oder Fähigkeiten zu regenerieren. Schade, ich konnte da nicht raufhüpfen. Was ist da? Woher denkst du, du gehst? Du hast keine Idee, wer du mit bist. Ich bin nicht interessiert. Son of a bitch. Shockwave! Take cover. Come on, come on! Door won't open. Come on! Begraben. Hmmmm Devastation? I think we're in the old underground metro area. It was destroyed by a big earthquake and the new city was built on top. I took my kids on the tour last summer. I've never been to this section. And I would like to have my other weapons. I don't mean that we have to be afraid of ammunition. I mean we always have a damn minigun with it. The more than half full is. But 42 shots for the main main weapon is weak. Very, very weak. Pistole! Hmm, where did you go? Well... 42 shots here. 9 minutes of the episode. I'd say we'll do this first, right? How long has it been since the explosion? I wonder when this shit happened. So, what was the last thing? What was that? There was a bunch of the ships, right? There was a bunch of ships. Thank you. Yes, it's something like a game. Zzz, it's not so bad. I'm going to click the quickly. aber keine gegner will ein bisschen früher kommen ich will nicht gleich eine aufnahme also zwischen die beiden folgen meilenweit zurücklaufen müssen nur weil die gegner hier so nicht auftauchen ja schön woher du bist du bist? komm, los geht als ich kann das Explosieren hat hat ein enormes Outflow Sie wissen, ich weiß nicht, was der fuckt ist. Du gehst Point. Du gehst Point. Oh, Elma? Wir sind weit über die Briefing jetzt. Definitiv durch die Looking-Glass. Das ist keine Falle gewesen? Bitte was? Ja. 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 Wir haben noch zwei Chance. Die letzte wirklich nutzbare Waffe ist keine 20 Meter entfernt, die muss ich mir holen. Zum Ileid, zwei Schoß sind... ja. Ach, viel besser. 90 Schoß. Damit können wir arbeiten. Drehtmin... Hm... Mäh... Ja... Dann so und so und so... und hier und da und hier. Da ist noch ein Medikit versteckt, was wir gerade nicht brauchen. Da haben wir es ihm hinterher. Also sie kann mir jetzt nicht erzählen, dass sie da nicht durch die Tür gekommen ist. Ohnein. Ja, up here. B. Bist du bekloppt? B. 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 Das ist jetzt sicher eine unangenehmere Situation. Das würde ich schon in den Bereich Horror einordnen. Sagen wir mal so gut, dass wir uns die Munition geholt haben, wa? Ah, das ist wieder so ein lustiger Anhänger. Ich lauf jetzt deswegen nicht zurück. Ah, die schwarzen Flecken darf ich nicht betreten. Haha. Dann würde ich soweit mal sagen, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe es hat euch gefallen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir weitermachen mit 4. Bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.